Ah, das machen wir am Anfang. Hallo zusammen, ich bin Jodor, Regisseur von Little Miss Fate. Wie gesagt, das liebe Monster. Wir haben es hier an die Wand genagelt, dass es uns nicht weh machen kann. Es ist ja süchtig nach Liebe. Das ist vielleicht auch meine Lieblingsthema-Fassung von diesem Film. Es geht um Schicksal und ganz viel Liebe. Ich glaube nicht in dem Sinne an das Schicksal, dass das vor... Nein, das wollte ich nicht. Das geht eben auch schon. Das habe ich vorher schon versucht. Das Thema Schicksal hat oft auch etwas Schweres. Darum möchte ich gar nicht weiter auf das eingehen. Der Film hat etwas unterhaltsames, mega leichtes, lustiges. Und das wollte ich jetzt nicht nehmen, indem wir über schwere Themen anfangen zu reden. Top! Wir haben den Film letztes Jahr umgesetzt. Produziert vom IK-Animationsstudio, wo ich auch Teil davon bin. Und mit einem wahnsinnig tollen Team aus unserem Umfeld. LMF! Ich kann noch etwas sagen zum Stil. Dieser Film ist an RISO-Print angelehnt. Das ist ein Druckverfahren, das wir eigentlich im Compositing digital nachgebaut haben. Und eigentlich zu diesem Film den analogen Touch verlebt. Auch noch wichtig zu sagen ist der ganze Stil, die Musik und so. Ich bin in den 80er Jahren angelehnt. Darum auch das Type. Geniesst es ganz fest. Tschüss zusammen.